Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute ein kleines Video, nur ganz kurz. Ja es ist Advent, man verschenkt gern wieder was und ich will auch wieder was verschenken. Ne, das verschenke ich nicht, das verlose ich. Ich habe nämlich nur ein Produkt hier, diesen kleinen Quattrocopter, der mit dem Handy gescheuert werden kann. Ich hatte schon ein Unboxing und einen Test habe ich schon gemacht. Können wir gerne auf meine Webseite schauen. Den will ich jetzt hier verschenken. Das heißt bei mehreren Interessen müsste wie gesagt das Los entscheiden. Heute geht es los. Ich sage mal eine Woche, weil nächste Woche am Montag gezogen wird. Der bekommt diesen kleinen Quattrocopter. Ja viel Spaß und ich wünsche euch viel Glück und Erfolg. Bis zum nächsten Mal.